Was ist der Mehrwert, um zu uns zu kommen? Der Mehrwert, um zu uns zu kommen, sehe ich wie folgt. Sie bekommen eine Ausbildung. Sie bekommen die Möglichkeit, in enge Arbeitsverhältnisse zu arbeiten, in erfährten Bedingungen einen Auftrag auszuführen. Sie lernen, in ungewöhnliche Elemente die Leistungen zu bringen. Und das ist der grosse Mehrwert, den ich sehe auch für künftige RKD. Es ist eine Erfahrung, zusammen mit Männern zu leben, zusammenzuarbeiten, die für mich auch ein wesentlicher Punkt ist zum Erfolgen. Und das ist sicher eine Erfahrung, die Sie auch später in Zivil mitnehmen können.